Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen in meinem Video. Schön, dass Sie da sind. Ich werde oft gefragt, was man als Professor an der Uni eigentlich so macht. Und die Antwort ist, laut Dienstvertrag mache ich 40 Prozent Unterrichten, 20 Prozent meiner Zeit Verwaltungstätigkeiten. Das kann man sich beides vorstellen, was das ist. Und 40 Prozent der Zeit soll man in Forschung investieren. Und das ist vielen Leuten dann unklar, was das sein soll, mathematische Forschung. Also was forscht man da und was kommt dann da bei der Forschung raus? Wie schaut das aus? Und das will ich Ihnen heute kurz schildern. Man muss zuerst dazu sagen, die Mathematiker bei uns, die sind nicht einfach nur Mathematiker, sondern die sind alle spezialisiert. Wir haben verschiedene Institute, zum Beispiel Institut für Statistik oder Geometrie. Da kann man sich ungefähr vorstellen, was die machen. Mein Institut heißt Institut für Analysis und Zahlentheorie. Die Arbeit, die wir machen, ist viel näher an der mathematischen Grundlage. Langarbeit, also relativ weit weg von der angewandten Mathematik. Ich sage Ihnen nicht, was Analysis ist, aber ich probiere Ihnen zu erklären, was Zahlentheorie ist. Das ist, wie man sich vorstellen kann, die Theorie von den Zahlen. Ein Satz aus der Zahlentheorie ist dieser hier. Die Wurzel aus zwei ist irrational. Das heißt, man kann das nicht als Bruch schreiben, egal wie man es probiert. Wurzel aus zwei, das ist die Länge der Diagonale in einem Quadrat mit Zeitenlänge 1,1. Also diese Zahl, die kann man nicht als Bruch schreiben, egal wie man das versucht. Und der Beweis kann hier leider nicht gebracht werden. Der wäre ein bisschen zu lang. Wenn Sie noch in der Schule sind, fragen Sie bitte Ihren Lehrer oder Ihre Lehrerin. Das zu beweisen ist ein berühmter, klassischer Beweis, durch Widerspruch, mehrere tausend Jahre alt. Wurzel zwei ist so eine Zahl, über die man etwas erforschen könnte oder andere Zahlen, die mich interessieren, über die ich was erforschen kann, sind die Kreiszahl Pi, die Euler'sche Zahl E, die zum exponentiellen Wachstum gehört, oder der sogenannte goldene Schnitt, der in der Kunstgeschichte eine wichtige Rolle spielt. Und natürlich gibt es noch viele, viele andere interessante Zahlen. Bevor ich Ihnen sage, was ich geforscht habe, möchte ich Ihnen zeigen, welche Form die Forschung dann annimmt, wenn sie fertig ist. Also hier sehen Sie den Anfang von meiner aktuellsten Forschungsarbeit. Da habe ich jetzt schon acht Monate lang mit zwei Kollegen gemeinsam daran gearbeitet. Sie sollen es natürlich nicht lesen, was da steht. Aber Sie sehen sofort, das ist natürlich auf Englisch. Das ist die internationale Forschungssprache. Sie sehen auch, das ist eine gemeinsame Arbeit von drei Personen. Also das mache nicht ich ganz allein in meinem Zimmerchen, sondern mit zwei Kollegen gemeinsam haben wir diese Arbeit geschrieben. Das ist der Anfang von der Forschungsarbeit. Dann ein bisschen später kommt das, was bewiesen wurde. Also in der Grundlagenmathematik ist das Ziel, eine mathematische Aussage zu beweisen. Da steht, welche Aussage wir bewiesen haben. Das wird dann sofort in Beziehung gesetzt zu früheren Resultaten. Also gleich nachdem da steht, was bewiesen wurde, steht, wie sich das zu früheren Resultaten verhält. In dem Fall haben wir ein Resultat von Rukavishnikova verbessert. Und das sind vielleicht die ersten zwei, drei Seiten. Und dann kommen noch 30 Seiten lang Beweise. Das ist das Ergebnis von der Forschungsarbeit. Und hier sehen Sie auch noch, also man beweist gewisse Dinge, man beweist gewisse mathematische Aussagen. Und dann haben wir hierauf noch geschrieben, eine bestimmte Aussage haben wir nicht beweisen können. Da sind unsere Methoden nicht gut genug gewesen, unsere Argumente. Das lassen wir als offenes Problem beweisen oder wiederlegen Sie folgende Aussage. Und da kann dann jemand anderer daran weiterarbeiten. Also es gibt eine Community von Mathematikern, die sich für ähnliche Themen interessieren. In diesem Fall geht es um Kettenbrüche. Da gibt es vielleicht 200, 300 Leute auf der Welt, die an Kettenbrüchen forschen. Da liest man gegenseitig die Forschungsarbeiten, die andere Personen geschrieben haben. Man liest die Argumente, die Beweise, die Resultate. Man liest auch ganz besonders, was für offene Probleme aufgeworfen werden und versucht dann, offene Probleme zu lösen. Wenn das dann fertig ist, die ganze Arbeit, dann reiche ich das zu einer mathematischen Zeitschrift ein. Wenn ich glaube, dass das ein sehr gutes, ein sehr wichtiges Resultat ist, dann schicke ich das zu einer sehr guten mathematischen Zeitschrift. Und irgendwann kommt das dann in meine Publikationsliste. Das hier ist mein ganzer Forschungsoutput von den letzten vier Jahren oder so. Da steht das dann da in der Liste. Und wenn ich mich zum Beispiel mal für einen Job bewerben möchte, dann kann zwar die Person dort in dem Komitee, das die Entscheidung trifft, kann vielleicht nicht feststellen, was genau der Wert von den einzelnen Resultaten ist, die ich bewiesen habe. Aber die können feststellen, ist das in guten oder in schlechten mathematischen Zeitschriften publiziert worden. Und daran kann man den sozusagen den Wert von den Forschungsergebnissen und von den Methoden dann erkennen. Wenn ich da schaue, sehe ich auch, alle diese Arbeiten sind mit Co-Autoren. Nichts davon ist allein geschrieben. Hier sind Personen aus Argentinien, Indien, Frankreich, Italien, Israel, noch mal Frankreich. Also das ist eine internationale Tätigkeit. Das ist auch eine soziale und vernetzte Tätigkeit. Forschungsarbeit, mathematische Forschungsarbeit heutzutage ist immer in einer Gruppe mit anderen gemeinsam. Das macht mehr Spaß. Da ist man kreativer. Da kann man sich gegenseitig ein bisschen pushen. Kaum jemand macht Mathematik wirklich so, wie man es sich vielleicht im Klischee vorstellt, ganz alleine irgendwo im Zimmerchen sitzend. Okay, das ist also ungefähr das, was bei der Forschung dann rauskommt. Jetzt möchte ich Ihnen erklären versuchen, was ich so geforscht habe. Daher sehen Sie den Beginn der Zifferendarstellung von der Kreiszahl Pi, 3,1415 und noch was. Führt nie auf, ist eine irrationale Zahl, also hat unähnlich viele Kommaziffern und das geht immer so weiter. Und jetzt möchte ich aber die Zahl durch einen Bruch annähern. Also ich kann es nicht exakt als Bruch schreiben, aber ich kann einen Bruch schreiben, der nah dran ist, so wie ganz offensichtlich dieser hier, 31 durch 10, indem ich einfach die Zifferentwicklung abschneide oder 314 durch 100, indem ich die ersten zwei Nachkommaziffern abschneide. Das sind Brüche, die sind halbwegs nah am echten Pi dran. Und es stellt sich heraus, dass man das aber besser machen kann, zum Beispiel mit den folgenden Brüchen hier. 22 Siebtel ist sehr nah am echten Pi dran, am echten Wert von Pi. Oder diese Zahl, 333 durch 106 oder diese 355 durch 113, die haben alle einen Wert, der nah dran ist, am echten Wert von Pi. Also wenn ich nicht darauf bestehe, dass da 10 oder 100 im Nenner von dem Bruch steht, sondern wenn ich da Siebtel oder Hundertsechstel oder sowas nehmen darf, dann kann ich Brüche finden, die ganz, ganz nah dran sind am echten Wert von Pi. So wie der hier, da stimmen alle diese Nachkommaziffern mit dem echten Wert von Pi überein. Und jetzt fragen Sie sich natürlich, wo kommt das her, wo hat der Mensch diese Brüche daher bekommen? Es gibt etwas, das heißt Kettenbruchentwicklung. Das haben Sie wahrscheinlich noch nie gesehen und das schaut komisch aus, wenn man das zum ersten Mal sieht. Das geht so, die Zahl Pi ist ungefähr so groß wie 3, aber nicht ganz. Ich muss ein Siebtel dazugeben, dann bin ich noch näher dran, aber das Siebtel ist wieder nicht ganz richtig. Zum Siebtel muss ich noch ein bisschen was dazugeben, nämlich ein Fünfzehntel, dann bin ich noch näher dran und das Fünfzehntel ist wieder nicht genau das Richtige und ich muss wieder ein bisschen mehr dazugeben und das passt immer noch nicht und ich muss ein bisschen mehr wieder dazugeben und so weiter und so fort. Also es gibt da so eine unendliche Entwicklung. Das Ding heißt eben Kettenbruchentwicklung, mit der ich die Zahl auch darstellen kann. Und die Sache ist jetzt die, die Annäherungen, die ich Ihnen vorher gezeigt habe, so wie die letzte hier, die kommen einfach daher, dass ich die unendlich lange Kettenbruchentwicklung von diesem Pi an einer bestimmten Stelle abschneide. Also wenn ich zurückgehe zum echten Pi, ich habe das echte Pi, habe ich hier an dieser Stelle abgeschnitten, die Kettenbruchentwicklung und bekomme das, was da jetzt unten steht. Und Sie können wirklich, wenn Sie viel Zeit haben, können Sie ausrechnen, das was da auf der rechten Seite steht, kann man auflösen und es ist wirklich das gleiche, wie das, was da auf der linken Seite steht. Also daher aus diesen Kettenbrüchen kommen diese guten Annäherungen an die Zahl Pi, das ist ein mathematisches Gebiet, das heißt diophantische Approximation. Und jetzt zeige ich Ihnen noch zwei Kettenbrüche mit Nenner 100. Hier ist einfach irgendein Bruch 39 durch 100. Das hat eine gewisse Kettenbruchentwicklung. Hier zeige ich Ihnen noch einen Kettenbruch 34 durch 100. Das schaut halt so aus. Und der Unterschied ist jetzt der, der Punkt ist der, das eine hat hier diese Zahlen hier, die sogenannten Koeffizienten, lauter relativ kleine Zahlen, 2, 1, 1, 3, 2, 2, die sind alle klein. Und das andere hat zwar ein paar kleine, aber dann zum Schluss hat es eine sehr große, nämlich 16. Und das macht einen Unterschied. Und dann fragt man sich, warum ist das so? Warum haben manche Brüche lauter kleine Koeffizienten, warum haben andere Brüche große Koeffizienten? Und die Frage, die wir uns in der Forschungsarbeit gestellt haben, ist, gegeben ein beliebiger Nenner n, also das, was unten im Bruch steht, gibt es dann immer einen Bruch, sodass alle diese Kettenbruchkoeffizienten klein sind. Und die Antwort ist eben genau das, was wir bewiesen haben, natürlich in einer ganz konkreten und quantifizierten Form. Wir haben nachgewiesen, für alle Nenner n gibt es dieses und jenes. Es gibt Brüche, die eine gewisse Eigenschaft haben. Und einer der Punkte an der Sache ist der, wir wollten das nicht machen für Nenner eine Million oder für den Nenner eine Milliarde, nicht für ähnliche Nenner. Das könnte auch ein Informatiker, wenn er einfach irgendeinen bestimmten Nenner haben will und schauen, ob es einen gewissen Bruch gibt, sondern das soll für alle möglichen Nenner gehen, für alle Zahlen, die ich hier nehmen kann. Das sind unendlich viele Möglichkeiten, das kann ich nicht Stück für Stück nachrechnen, sondern da brauche ich ein mathematisches Argument, ein logisches Argument, das mir sagt, ja, alle diese unendlich vielen Zahlen haben diese Eigenschaft. Warum haben wir das gemacht? Weil uns das interessiert. Wir interessieren uns, ich und meine zwei Kollegen und noch ein paar hundert andere Leute auf der Welt interessieren uns für Kettenbrüche. Mir ist das gut genug. Ich brauche da keine Anwendung davon. Ich finde das extrem interessant und das ist ein schönes Resultat. Aber ich weiß, dass diese Kettenbruchentwicklung im Zusammenhang stehen mit sogenannten Gittern. Ja, also das ist nicht mein Antrieb. Ich will eigentlich nicht so ein Gitter machen, aber ich weiß, die Kettenbrüche, für die ich mich interessiere, die haben was mit Gittern zu tun und ich zeige Ihnen, was ein Gitter ist. Da habe ich ein Quadrat mit Seitenlänge 1 und ich will zehn Punkte in das Quadrat reinlegen. Ein Punkt ist schon da, der ist links unten und jetzt mache ich folgendes. Ich nehme einen bestimmten Bruch mit Nenner 10, so wie den hier, 3 durch 10 und dann kriege ich den nächsten Punkt, indem ich ein Zehntel so nach rechts rübergehe und drei Zehntel so nach oben gehe. Drei Zehntel deshalb, weil ich hier eben drei Zehntel genommen habe. Zehn Punkte sollen es zum Schluss werden. Jetzt mache ich das Gleiche noch einmal. Ich gehe um einen Schritt nach rechts und drei Schritte nach oben. Also ein Zehntel nach rechts, drei Zehntel nach oben, kriege meinen nächsten Punkt. Jetzt mache ich das noch einmal. Ein Zehntel nach rechts, drei Zehntel nach oben, kriege wieder einen Punkt. Jetzt mache ich das noch einmal. Da komme ich da oben raus, da muss ich unten wieder rein, weil nicht genug Platz ist sonst. Kriege noch einen Punkt, das mache ich zehnmal und zum Schluss habe ich zehn Punkte bekommen. Das ist ein Gitter von zehn Punkten, das von dem Bruch drei Zehntel hier erzeugt worden ist. Und jetzt gibt es Leute, die sich für solche Gitter interessieren und denen genügt das, dass ein Gitter ein interessantes Objekt ist und die forschen ein Leben lang über solche Gitter und die brauchen dafür auch keine Anwendung. Die finden das einfach interessant genug. Aber weil es in der Mathematik so ist, dass alles mit allem zusammenhängt, ist es so, dass auch diese Gitter für was gebraucht werden, nämlich für sogenannte numerische Integration und ich zeige Ihnen, was das ist. Also eine an den Haaren herbeigebezogene Anwendung. Stellen Sie sich vor, wir haben hier ein Stück Meeresboden und ich möchte wissen, was die durchschnittliche Tiefe von dem Meer hier in diesem Bereich ist. Also das soll eine Meeresfläche sein, da ist das Wasser an manchen Stellen nicht so tief und an manchen Stellen ist es tiefer, wo es dunkelblau ist und ich will wissen, was die durchschnittliche Tiefe ist. Der Mathematiker wird sagen, ich möchte ein Integral berechnen. Wie kann ich das machen? Ich kann es nicht exakt ausrechnen, aber ich kann mir vorstellen, ich nehme ein Testschiff oder so und das kann an gewissen Stellen nachmessen, wie tief das Meer da ist. Sagen wir, an 100 Punkten kann ich ausmessen, wie tief das Meer ist und dann ist die wirkliche Durchschnittstiefe von dem Meeresstück hier ungefähr so groß wie die Durchschnittstiefe an den 100 Messpunkten. Aber was für 100 Messpunkte nehme ich da? Da gibt es eine Methode, die heißt Monte Carlo Sampling, Monte Carlo Methode, wo ich meine Testpunkte, in dem Fall 100, einfach zufällig nehmen und das macht man in der Praxis bei vielen Integrationsproblemen und das funktioniert oft sehr gut, aber manchmal passt das nicht so gut, so wie hier zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, da habe ich 100 Testpunkte genommen, zufällige Testpunkte, aber wie es halt so läuft, da fällt keiner in den Bereich rein, wo das Meer richtig tief ist und dann wird das Ergebnis irgendwie verfälscht. Also das passt nicht so recht und dann denke ich mir, vielleicht nehme ich statt zufällig gewählten Punkten, doch Punkte, die ich mir irgendwie schlau überlegt habe. Und wenn ich weiß, was ein Gitter ist, über das ich gerade gesprochen habe, könnte ich mir denken, ich nehme so ein Gitter und dann kommt es darauf an, von welchem Bruch dieses Gitter erzeugt wird. Hier zeige ich Ihnen das Gitter 100 Punkte, das Gitter wird von der Zahl 34 durch 100 erzeugt, so wie ich es Ihnen vorher aufgemalt habe, das heißt ich starte hier mit dem Punkt links unten, dann gehe ich ein Hundertstel nach rechts und 34 Hundertstel nach oben, dann gehe ich wieder ein Hundertstel nach rechts und 34 Hundertstel nach oben, dann gehe ich von da aus ein Hundertstel nach rechts und 34 Hundertstel nach oben, da komme ich da wo raus und das mache ich 100 Mal, bis ich 100 Punkte habe und ich sehe aber, dass ist nicht besonders sinnvoll, was da rauskommt, weil dieses Gitter da sind alle Messpunkte auf ein paar einzelnen Linien, damit kann ich nicht die echte durchschnittliche Tiefe von diesem Stück mehr hier sinnvoll annähern und zum Vergleich zeige ich Ihnen das Gitter, das zu dem anderen Bruch mit Nen nach 100 gehört, den ich Ihnen vorher gezeigt habe, 39 durch 100, also das Gitter entsteht so, eins nach rechts, ein Hundertstel nach rechts, 39 Hundertstel nach oben, ein Hundertstel nach rechts, 39 Hundertstel nach oben, ein Hundertstel nach rechts, 39 Hundertstel nach oben und so weiter und so fort, 100 Mal und hier bekomme ich ein Gitter von Testpunkten, die ganz regelmäßig sehr schön über diesen ganzen Testbereich hier verteilt sind und ich kann mir vorstellen, okay mit diesem Gitter wird das gut funktionieren, dass wenn ich an diesen 100 Stellen messe, wie tief das Meer an diesen einzelnen Stellen ist, dann den Durchschnitt von diesen 100 Messwerten nehme, dann wird da ziemlich genau die echte Durchschnittstiefe von dem Meer in diesem Bereich rauskommen. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist der, 34 durch 100 und 39 durch 100, der Unterschied ist der, wir haben es vorher schon gesehen, 34 durch 100 hat hier einen so einen großen Kettenbruchkoeffizienten, der zerstört die regelmäßige Verteilung von diesem Gitter und der andere 39 durch 100, da sind alle diese Kettenbruchkoeffizienten sehr klein, darum kommt da ein sehr regelmäßiges Integrationsgitter raus. Also nochmal, mir geht es um die Kettenbrüche, ich interessiere mich für Kettenbrüche, an denen forsche ich, weil ich mir als Universitätsprofessor aussuchen kann, woran ich forsche und ich forsche etwas, das mich interessiert. Ich weiß aber, es gibt Leute, die interessieren sich für Gitter und die Gitter hängen mit den Kettenbrüchen zusammen. Die Gitterleute interessieren sich für Gitter, aber die wissen, es gibt Leute, die sich für numerische Integration interessieren und die numerische Integration hängt mit den Gittern zusammen. Und dann gibt es Leute, die wirklich ein Integral ausrechnen müssen und die wissen, aha, es gibt Leute, die in numerischer Integration arbeiten und so hängt Schritt für Schritt, hängt da die Grundlagenforschung über mehrere Stufen mit den Anwendungen der Mathematik zusammen. Das wollte ich Ihnen hier illustrieren. Also noch ein paar Punkte, die ich angesprochen habe. Mathematische Forschung ist eine soziale Tätigkeit. Mathematische Forschung ist was, das macht man in einer Gruppe von zwei, drei, vier, fünf Menschen. Das braucht aber auch eine Community, die sich für diese Themen interessiert. Das braucht auch ein Publikum. Das Publikum, also die mathematische Community von Menschen, die sich für ein bestimmtes Forschungsgebiet interessiert, die entscheidet, was die wichtigen offenen Probleme sind, die entscheidet, was die wichtigen Forschungsresultate sind. Das Ziel der mathematischen Forschung im Grundlagenbereich ist die Lösung von mathematischen Problemen. Also das Ziel ist nicht unmittelbar, eine Anwendung in der wirklichen Welt zu finden, sondern das Ziel für Grundlagenforschung, so wie ich das mache, ist ein ganz spezifisches mathematisches Problem zu lösen. Und ich habe probiert Ihnen zu veranschaulichen, dass es eben so einen graduellen Übergang gibt von der Grundlagenforschung über verschiedene Stufen, über verschiedene Schritte hin zu den Anwendungen. Ich sage es noch einmal, in der Mathematik hängt alles mit allen zusammen. Es gibt in der Mathematik keine isolierten Themen, es gibt keine isolierten Sachverhalte. Alles gehört mit allen zusammen. Das ist einer der schönen Aspekte der Mathematik. Danke für die Aufmerksamkeit.